Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu BF Gaming. Ich begrüße euch zu einer Runde Galaktischer Angriff. Lang lang ist's her, sowohl auf dem Kanal als auch persönlich mit GA. Keine Ahnung warum, es ist gerade Samstag. Ähm, ja, ich hab nichts zu tun. Ich hab frei, also bin ich einfach mal in GA reingegangen, dachte ich nehm euch mit. Schauen wir mal was wird. Ähm, cool wär, ähm, hier denk ich mal ein Vader. Vader oder Aiden oder irgendwie so. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir eine coole Killstreak hinkriegen, ja. Gibt, äh, sehr viel, äh, Philosophie von mir in den letzten Tagen zu Battlefront, ähm, also auch nochmal Videoideen. Vor allem so, äh, Retro-Videoideen, also zum Thema, ähm, ja, was hätte sein können oder Dinge, die nur OGs, äh, ja, an die sich nur OGs erinnern. Also seid da, oh Gott. Seid da auf jeden Fall, ähm, gespannt. Ich hab da ja einiges noch im Petto. Und heute soll es einfach nur wirklich mal so ein klassisches Gameplay geben, ne. Also einfach so wie früher. Das war schlecht von mir, aber ich lebe. Ja, doch nicht. Ähm, ja, einfach mal ein bisschen klassisches Gameplay, ein bisschen Spaß haben, ne. Ja, und, ähm, vielleicht nicht mehr, nicht mal so, äh, emotional, toxisch unterwegs sein, sondern wirklich einfach mal, hm, Spaß haben. Ja, wenn es ein toller Map-galaktischer Angriff ist, äh, den Kanal verfolgt, natürlich mein Lieblingsmodus mit Hellen-Showdown. Mal schauen, einfach mal, dass wir hier eine coole Zeit haben. Die Lobby, die ist da ganz gut, denke ich. Also ich hab vor der Aufnahme jetzt schon mal mich ein bisschen eingespielt, damit das hier keine Vollkatastrophe wirkt. Ähm, ja. Also eben, äh, haben wir hier verloren, aber da ist jetzt ein Team geswitcht. Also weiß ich nicht, ob wir das jetzt hier gewinnen oder verlieren, aber mal schauen. Wäre natürlich alles zu gewinnen, aber hauptsächlich geht es uns natürlich auch um den Helden, den wir jetzt haben. Genauso wie dieser Player-Typ. Ich würde mal sagen, also normal könnte ich jetzt Palpatine oder, äh, Bosk nehmen. Und dann könnte ich auch richtig auf Kills gehen, ja. Aber ich denke, wir machen mal wirklich eine coole Vader-Runde. Einfach ein bisschen Spaß haben. Weil, guck mal, er hat auch Grievous genommen, ja. Wir müssen ja jetzt nicht toxisch hier unterwegs sein. Und, ähm, ja. Irgendwie Leute nerven mit Palpatine oder Bosk. Ich würde sagen, wir haben einfach ein bisschen Spaß. Weiß nicht, wie ich das jetzt schon gesagt habe. Okay. Gehen wir mal zu ihrem Spawn, ne. Ja, Spaß haben, sag ich. Oh, da ist aber einiges. Das riecht nach Spaß. Kommt mal her, meine Freunde. Ich hab Bock auf den Würgelgriff. Das war komisch. Ja. Wiebis und ich teilen uns jetzt natürlich so ein bisschen, hallo? Teilen uns jetzt natürlich so ein bisschen die Kills. Das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite wird das natürlich dann vielleicht durchmarscht, ne. Aber mal schauen. Wollen die Gegner ja nicht, äh, abschlemmen können. Vielleicht sind die auch gut. Aber bisher hat mir das echt Spaß. Oh, Vader ist halt auch einfach ein cooler Held, ne. Ich spiele den so selten im GA. Ich den immer nur in Showdown schmiele oder in HVS, wenn überhaupt. Ja, eigentlich ist das Wälder so ein cooler GBA halt, mit dem du viel machen kannst. Jan Solo, oh, Digga. Ähm, ja. Wie steht ihr denn zu Battlefront? Ja, schreibt's mal in die Kommentare. Seid ihr noch aktiv? Seid ihr so Gelegenheitsspieler? Seid ihr vielleicht gar nicht mehr drin? Und habt das Video irgendwie zufällig entdeckt und dachtet genauso wie ich? Ja, komm, auf die schönen alten Tage mal reingehen. Oh, der nicht so blofer schön. Ähm, ja. Schreibt's mir das mal gerne in die Kommentare. Ansonsten haben wir die erste Phase natürlich wunderbar abgeschlossen. Dominik sei an dieser Stelle auch erwähnt. Also, ähm, der Mitbetreiber des YouTube-Kanals, der das wunderschöne Thumbnail zu diesem Video höchstwahrscheinlich gemacht hat. Der ist aber gerade auf der Arbeit. Das heißt, ich bin hier alleine. Also, falls ihr fragt, manchmal sind wir zu zweit. Oft sind wir zu zweit eigentlich immer. Aber der ist gerade nicht da und ich dachte, wow, da spiel ich mal ein bisschen mit. Ist ja nicht, muss ja nicht abhängig gemacht werden. Gehen wir mal hier nach rechts. Die meisten Kills gibt es zwar, glaube ich, immer links. Aber wie gesagt, wir gehen ja jetzt nicht auf Kills. Wir wollen dann immer eine gute Uni haben. Zum Beispiel den hier. Bleibt den, danke schön. Ich wollte nochmal auch mitnehmen. Oh, das Schwert habe ich aber so verworfen. An Brandon vorbei. Da ist einer, ein Springer. Der wird aber schon sterben, ja. Ja, wir nehmen das auch schon echt krass ein. Also, das wird, glaube ich, eine kurze Runde. Ich könnte auch gerne mal sagen, wie seid ihr, wenn ihr GA spielt, was sind eure Erfahrungen? Habt ihr eher so positive Erfahrungen? So rund wie diese hier oder wie eher so negative Erfahrungen, wo das Team vielleicht auch Katastrophe ist? Gibt es ja auch. Ich meine, wenn ich jetzt hier in dem Gegner-Team wäre, weiß ich nicht, ob ich da Lust noch hätte, noch eine zweite Runde zu spielen. Wo geht das noch? Tatsächlich. Oh, schade. Ja. Ansonsten. Schauen wir mal, dass wir noch ein paar Kills kriegen. Hoffe ich doch. Hallo. Bitte nicht wegspringen. Dann nehmen wir doch euch. Stopp. Das war schön. So, Lustaner noch. Da ist ein... Mh, der Etyati, der ist nicht stark, aber der Springer geht mir auf ein flacktes Weg. Ich stelle ihn ab. Mein Etyati, die nehmen wir uns. Zack. So, jetzt müssen wir eh nach links gehen, weil rechts ist ja jetzt kein Punkt mehr, den sie verteidigen können. Das heißt, da werden noch keine Spiele mehr hinlaufen. So, denn da sind noch ein paar Touristen, die sich die Map angucken. Davon gehen wir natürlich nicht aus. Hallo? Hier hinten spawnen die, da will ich jetzt... Ich will ja gar nicht so spawnen killen. Ich will es echt nicht. Aber was soll ich machen? Da geht es ansonsten. Thor's Blut. Komm her. Ah, ich dachte, ich kriege den gewirkt. Egal, ich bin auf dem Weg. Fiegt man sich schon cool, wenn man diese Rebellen hier die ganze Zeit abgeschlachtet hat. Schon ein wildes Gefühl. Battlefront ist auch schon so alt momentan. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr schon dabei seid. Ich bin ja seit der Beta dabei, seit Battlefront 1. Schon krass, wie die Zeit vergeht. Also, nehmt die Momente auf jeden Fall mit. Weil die Zeit, die wird niemals bestehen bleiben. Hallo, AT-Arty. Ich dich, bitte. Der hat den gekillt. Guck mal an. Der hat... Krass. Zauert er auch noch ab, der Brater. Zack. Den... Den... Hallo. Oh, bleib stehen. Bleib stehen. Dankeschön. Ist der Pieps. Hallo. Du hast Blut schon wieder. Ist noch einer. Der AT-Arty. Vorne. Ist der AT-Arty von eben. Ich weiß, nur mal Schwert. Okay, assist. Grievous, der lebt da auch noch fröhlich. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum schmeiße ich mein Schwert nach dem Würgen. Ich könnte ihn doch auch einfach so schlagen. Und dann hätte ich die Fähigkeit nicht gejustet. Das stimmt. Aber hier ist so wenig los. Ich meine, ihr seht das ja. Das kann ich ruhig machen. Aber im Normalfall mache ich das auch nicht. Ich will ja jetzt nicht die Lobby hier schlecht reden. Aber im Showdown zum Beispiel macht man das natürlich nicht. Das wäre nicht sehr hart. Das ist aber viel los. Grievous ist auch schon ordentlich damage gefressen. Aber er hat wahrscheinlich Flash is weak drin. Also die Sternenkarte. Das heißt, der regeneriert auch nochmal ordentlich wieder. Da ist irgendwo BB-8, glaube ich. Da sollen wir mal nicht rein, dass er mich gespockt hat. Aber den nehmen wir noch mit. War das Hanzo? Ich glaube schon. Oh, der war schön. Ja, das ist eine ganz entspannte Runde. Also ich weiß nicht, wie ihr so am Zocken seid. Aber ich sitze auf der Couch, seitdem ich hier in meiner eigenen Wohnung bin. Tschüss, mir geht. Und ich sitze hier zurückgelehnt. Also das ist eine ganz, ganz entspannte Runde. Das ist krass. Hallo? Meta-Hunter, den habe ich doch jetzt auch schon bestimmt zehnmal getötet. Ich möchte das darstellen, natürlich. Ja, es sieht aus, als würde das gleich enden. Irgendwann wird das sicher nicht mehr gehen. Er wartet schon, der Grievous auf den Spawn von dem. Geh ich mal rüber hier. Ich habe sogar einen gekillt damit. Ist hier unten einer noch unten gesprungen? Ich kann es spüren. Ich saufe ein paar da. Doch, hier. Ich habe es doch gesehen. Boah, das Blut. Den habe ich aber wirklich schon zehnmal gekillt. Der Arme. So, ich glaube, jetzt können wir langsam rein. Ich stand Römerbruch. Hallo? Ey, Luke. Das war nicht nett. Star Wars Boy. Mr. Peeps. Aber wenn das nicht unser. Das werdet ihr auch noch merken, meine kleinen rebellischen Freunde. Was? Warum bist du nicht gewöhnt worden? Ich habe Glück gehabt. Aber... Der kommt nicht. Ah, gut, der soll er. Also, ich verdient. Hallo? Na, nein, nein, du entkommst mir nicht. Ich bin wieder ein rebellischer Freund. 50er Streak. Na ja. War zu erwarten, oder? Dass das hier jetzt auch schnell geht, war aber wirklich zu erwarten. Also, hier jetzt... Ich habe es ja fast keine Gegenwehr mehr. Hallo, wie wann? Wollten wir gegen den Kämpfen? Ich glaube nicht. Also, klar, ich könnte den jetzt, ne? Wie ein YouTube-Kollege von mir sagen würde, ich könnte den ja jetzt wegklatschen, aber wir wollen den ja am Leben lassen. So. Jetzt müssen wir aber wirklich mal ein wenig regenerieren. Jetzt können wir hier hingehen. Eigentlich noch einer hat ein... Ah gut. Fast, Martin, schon. Eigentlich verteidigen es jetzt gar nicht mal so bad. Das ist ganz... Das ist eigentlich ganz cool, dass die Runde jetzt ein bisschen länger auch... Hat da ein BB-8 an mir vorbeigegangen. Okay, wir sind... Irgendwas macht mir Damage. Ah, hier. Oh mein Gott! Alter, zwei Leben. So ein Glück hat mich hier keiner mehr gesehen. Alter, leck mich fett. Links ist jetzt auch erobert. Das ist jetzt nur noch da. Oh, okay. Pass auf. Wenn das jetzt nur noch da ist, dann machen wir uns erst mal Leben. Killen den hier. Wir brauchen jetzt Leben zum Regenerieren. Dann gehen wir hier jetzt den Weg hoch. Ihr wisst schon, wo ich meine. Wenn ihr die Map kennt, wisst ihr, wo ich meine. Dann gehen wir da von oben da so ein bisschen ran. Oh Gott, der hat... Oh Gott. Oh, der hat seine Schrotflinte raus. Not bad. So, hier rein. Aber... Oh, na, oh mein Gott. Ich bin so... Egal, ich glaube, das könnten wir jetzt eh... Geh da jetzt aber nicht rein. Seh ich nicht ein. Mann, hier, wenn man hier hilft, der X-Wing ist. Irgendwie... So, ist er... Oh Gott, ist er... Er hat mich beobachtet, dieser Rebellenoffizier, der? Was haben wir jetzt... Hallo? Hier? Ah, von hier kommt man noch da hoch. Oh Gott, aber ich glaube, der killt mich jetzt, oder? Nee. Okay. 60er Streak. Ah, guck mal, der Grievous ist schon gestorben. Das ist das Pick, dass wir länger leben als der... Das ist ein State. Hallo? Warum lebst du? Warum greift dich der Doku nicht an? Ich glaube, wenn ich jetzt da... Also jetzt haben wir es eh, glaube ich, geschafft. Sind es aber gut ausgeglichen. Den Müllgriff. Beide. Aber irgendwie erobern wir das nicht. Also so, ähm... Abgeschrieben sind die auch gar nicht. Oh mein Gott. Ich habe keine Fähigkeiten, deswegen gehe ich immer lieber weg. Aber ja. Ich wieder rein, den Müllgriff. Einmal Zeit, da noch 20 Kits. Der Yoda ist tot. Oh mein Gott, das Pick. Der Evoke steht da noch. Ich habe den noch gesehen. Wenn er da Glück gehabt, jetzt gerade. Da, der da. Jetzt hast du keinen Glück mehr. Tut mir leid. Ja, da sollten wir das auch nicht übertreiben. Sagte er und... Ne, kein Tod. Ja, 80. Ist okay. Der erste Platz, der ist, ähm... Na, weiß ich nicht, ob wir den nicht verdient hätten. Aber alles okay. GG in die Runde, ja. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ja. Was ihr noch so gerne sehen wollt. Habt ihr Bock auf öfter so, ja... So random Folgen mit so ein bisschen, ja... Talk. Uncut natürlich. Ähm, ja. Oder habt ihr vielleicht Bock auf ein bisschen kompakteres? Vielleicht auf einen anderen Modus? Showdown ist ja hier auf dem Kanal auch sehr präsent. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten denke ich... Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder... Battlefront 2, ja. Bis dahin. Hau da rein. Ciao.